ja halli hallo liebe wir sind hier in world of warcraft in der version 11.0.2 diese war was in wie nennt man das jetzt also auf jeden fall der release so würde ich jetzt mal sagen also auf jeden fall da die vorab version wo man früher zugang haben kann hat begonnen die leute sind doch schon in the war was in teilweise nächste woche dienstag beziehungsweise wenn ihr das video seht es dann halt morgen sollte dann die normale version beginnt für alle die sich das addon gekauft haben wir sind hier aber auf jeden fall in oder auf den drachen inseln bei unseren quests weiterhin im smaragd grünen traum hier oben mit wir noch mit der quest die suche nach terror findet weitere informationen über führers plan im smaragd grünen traum wir bekommen einen hals dafür verbessert uns der richter meisten ein paar flugsteine 28 gold 9 silber wir nehmen die quest an so und da ist der terras hände weg hände weg von den längst laumen so ist der eruptive steinbeißer weg hände weg von den längst laumen So und hier können wir bei Buhi die Quest abgeben, die Suche nach Terror, wir nehmen den Hals und damit ist die Suche nach Terror abgeschlossen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, schaltet gerne wieder ein, lasst gerne Like und Abo da, schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal, es war ein Link im YouTube-Kanal und damit bis zum nächsten Mal, ciao!